Ja, moin zusammen und herzlich willkommen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit Ronell hier. Und da wir bei der Raffinerie fertig sind, mal gucken, wo es heute hingeht. Nicht zu gewählende Ämste. Grenzwertig, erschöpft. Nicht die nicht. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht alle hier wegschicke. Aber die muss auf jeden Fall hier gehalten werden. Die vier brauche ich eigentlich, Kacke. Die vier brauche ich nicht. Die vier brauche ich nicht. Die vier brauche ich natürlich nicht. Charge cool. Die vier brauche ich nicht. Die vier brauche ich nicht. kilowattpferend ist. Die vier brauche ich nicht. Die vier brauche ich nicht. Die vier brauche ich nicht. Das stimmt. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wie viele Leute ich hab. Sechs. Also könnte ich wirklich noch zwei noch wegpacken? So, dann sind die erst mal durch. Du gehst aber unbedingt hier rein. Wie viele Leute ich jetzt hab? Immer noch sechs. So, dann würde ich sagen, mach dir jetzt hier aber erst mal die Grundausbildung. Jetzt kann ich die alle gar nicht mehr ausbilden. Das ist doch eine Kacke. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Entschuldigung. Uploading Mission Data. Dann kriegst du auf jeden Fall den Flammenwerfer. Schrotflinte. Auch Schrotflinte. Na, das wird ja eine Nummer jetzt mit den Anfängern. Aber gut. Wir testen das mal trotzdem. Wie viele habe ich denn? So, dann packt er das da oben wieder rein, ne? Zwei Türme. Wir gucken mal, was passiert jetzt. Okay. Wir riskieren es einfach mal. Zwei. 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 Weiter. Zwei. Der Krieg kommt zu uns, also geben wir ihm ein guter, old-fashioned USCM-Greedung. Die Nummern sind unklar, also wir nehmen keine Chancen. Wir holen ihn mit dem, was wir haben. Du kennst den Drill? Setz einen Defensivperimeter und schau ihn aus dem Otago! Zum Glück habe ich nicht ganz so viel mit dem. Erstmal machen wir jetzt hier das mitnehmen. Aber wer weiß, von woher sie hier kommt. Weil sie sehe ich ja jetzt gerade erst. Ich kann echt nur nach unten. Ich kann ja gar nirgendswohin gucken hier groß. So, von hier würde ich mal fast behaupten, kann ja gar keiner kommen. Und daraus kann ich nicht gucken. So. 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 Ich bin aber die Küste nicht öffnen. Ist ja nervig. Ich bin sicher, ich bin sicher. Wir brauchen deine Luftwaffe an einem Moment. Du hast es, Sarge. Scheiße, es kommt zu uns. Light them up! Light them up! Wir brauchen die Luftwaffe. Ein paar Hände zu müssen. Schrauben Sie schon. Wir kommen zur Schraubung. Rundwäcksz. Dann war es später. All diese Flaspen. Trä meaningful. Ich bin glaube, dass du sieben. Deploying! Sentry gun! Copy. Sentry almost ready. Packing sentry gun. Sentry activated. Sentry pack. Shit. It's coming to us. Double time! Let's rock! Kill that bastard! You dumbass! Let's see what's inside. More signals incoming. Deploying sentry gun. That's the first perimeter node. Deploy the pack. It's not me. Bring them down! You see? You sure this thing will stop them? That's a PARS-150 phase plasma cannon salvaged from wrecked APC. Only question is whether you want them regular or extra crispy. Squad lead. Let's wake this baby up. Better make it fast. We got a swarm inbound from the north. Ready those Banshee rockets, Corporal. On it. Get me some fire coordinates. Requesting air support. Beat that, fucker! Let's rock! Deploying sentry gun. Sentry almost ready. Sentry activated. Copy. Repairing power loader. First turret on line. Cover your ears, lads. Now that's what I'm talking about! Good work, Marines. But don't get cocky. Get back in the power loader and let's get the next plasma cannon into position. All right, let's give it a go. Good thing I have a class 2 rating. More signals incoming. Bring him down! You like that, huh? Move on! Sentry pack. Move, move, move! Copy. Packing sentry gun. Sentry pack. Deploying sentry gun. Sentry almost ready. So genau. In beide Richtungen. Ach, scheiße. Was ist das, was ich denke? Ah, got him. Hey, look, attack him. Stay frosty, people. Escort the P-5000 to the second perimeter node. Join the core, they said. Life of a champion, they said. Enough kvetching. Just get it done. Move on! I think we're spotted. Let's rock! Check your vitals. Move, move! Copy. Let's see what's inside. Come on, team. They're heading our way. Xeno, it's a road. Kill that bastard! You! Don't mess with me. Let's rock! On my way. I hate this job. Pick up the pace, Marines. Get that turret operational. Don't move. I'm gonna fix you up the best I can. Wie muss ich den jetzt nicht zünden? Mm-hmm. Sentry, almost ready. Bring him down! Come on, we didn't sign up for this! Grenade! Here! Don't mess with me! Ah! It burns! It burns! Right now. Sentry, almost ready. More signals incoming. Reloading! Let's rock! Double time! Move on! Kill it! Shit! I'm out! Shit! 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 Deploying sentry gun! Sentry, almost ready. Incoming! Bring him down! Sentry! Sentry! It's a throw! I can heard it's on line of firing. That's a beautiful sight. That's a part 150 for you. Never leave home without it. Shit! Visibility's getting real bad up here. There's a storm coming. And it's a big one. The Otago's weather alarms are ringing. They're using the storm to cover their progression. What do you mean they're using the storm? Harper, that storm will sure mess with the turret scanners. And we can't rely on the Otago's sensors either. They were damaged during the crash. But there should be some long-range motion trackers where you were first deployed. With them, we might have a chance. Good call, Hayes. Hunsley, can you cover us? With that pea soup coming, you can forget recon. But I'll see your flares all right. You point, I shoot. You have your orders, Marines. Go back to the ARC, grab those trackers and deploy them. We don't want our turret to turn blind. Right now. Don't move. Gonna fix you up best I can. Here you go. Good as new. Come on, Team. Come on, Team. Den lasse ich jetzt hier einfach stehen? Okay. Deploying motion tracker. Okay. We've got two of these M3-14 autonomous long-range motion trackers. We get them set up, they'll give us the warning we need. I'm marking the most efficient deployment locations. Outstanding. Let's get this done, Marines. On my way. Take a breather. Watch that stress squad. Shit. It's coming to us. I can't see a thing in this shit. Just get those trackers in place, then you can come back where it's warm. Gee, Sarge. You're just a big old softie. Mine's activated. Planting mine. Watch your feet. So. Die Minen sind erstmal aktiv. Den stellen wir nochmal rum. Packing sentry gun. Sentry packed. Deploying sentry gun. Sentry almost ready. Deploying sentry gun. Hold on. Oh, let's go. What do we need to do now? Sentry activated. Move on. Hurry up squad. I hate that place, man. Take a breather. Watch that stress, squad. Shit. It's coming to us. Contact! Focus fire on target. Grenade! Okay, go down! It's a drone! Deploying sentry gun! Light them up! Sentry activated. Roger. Let's see what's inside. Come on, team. Hurry up, you slugs! Planting mine. Watch your feet. Mine's activated. On it. Let's see what's inside. Move on! Move on! Deploying sentry gun! Sentry almost ready. Sentry activated. Let's see what's inside. Some tracker set. Can you link it to the turret haze? Give me a moment. Replacing it scanners with a tracker. Okay, it's done. Alright. That's one turret operation. Keep going, Marines! There are also more chests. I can't see what's inside. I can't see what's inside of this way, right? On my way. Packing sentry gun. Sentry packed. Ah, disgusting. Double time. Here's your sample. Guys, let's get the fuck out of here. Let's see what's inside. Affirmative. Move on! We're in some real pretty shit now. Let's see what's inside. Let's see what's inside. Let's see what's inside. Move! Move! Shit. It's coming to us. Let's see what's inside. Deploying sentry gun. Sentry almost ready. Sentry activated. Come on, team. On it. Let's see what's inside. Planting mine. Watch your feet. Mine's activated. Let's see what's inside. 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 Come on, team. Let's see what's inside. Shit. It's coming to us. Xeno, it approached. Tango down. Tango down. Something triggered one of our minds. Roger. Access to terminal. Second tracker online. Haze. Link to the turret. You're good to go. All right, Marines. Fall back to the Otago. Wait. Receiving lots of signals from the motion trackers. Converging on your position. Where? There's no bugs around here. They're getting closer. It can't be. That's inside the perimeter. Tunnels. Caves. I think they're underground. They must have found a way to use the terrain. Just a second. Let me use the topo scanner. That's it. There's two caves on my map. Humph. You need to bomb them to clog those tunnels. What? Sergeant, your trip over? I'd need order confirmation. Do as she says. Mark those caves, squad. Harper. I've reduced the M314A sensibility to ignore the underground creatures. You should do the same with the motion trackers you're men carried. Or they might get surprised. Done. Thanks for the heads up. Marines. Time to dig in and earn your pay. Hunslet. Get ready to unleash hell when you see the flare. Roger that. Safe position taken. Okay. Also muss ich hier jetzt eigentlich wieder den großen hören, oder nicht? Oder kann ich das mit Lea-Taste machen? Kann ich wirklich mit Lea-Taste machen? Den kann ich nicht machen, weil ich den nicht sehe. Lea-Taste machen, oder nicht? Okay. Okay. Wo steht denn der Roboter noch? Den brauche ich doch jetzt bestimmt. Planting mine. Watch your feet. Yeah. Shit. It's coming to us. They're heading our way. Let's rock! Shit! I'm out! You like that, huh? Take a breather. Watch that stress, squad. I hate this job. Here's your staff. Come on, team. Shit. It's coming to us. More signals incoming. Hurry up, squad. Affirmative. Get up, sweetie. Sentry gun fixed. Deploying! Sentry gun! Sentry gun is almost ready. Planting mine. Watch your feet. Sentry, activated. Mine's activated. Move on! Und dann kann ich den nicht mal plündern, weil ich schon alles habe. Right now. Packing sentry gun. Sentry packed. Planting mine. Watch your feet. Mine's activated. Hurry up, squad! Runner! Kill it! More signals incoming. Check your vitals, squad. Affirmative. That's mine. Watch your feet. Mine's activated. Feeding the baby. I hate this job. Sanctry gun loaded. Bring it on, you bastards! Here's your sample. Shit. It's coming to us. Take a breather. Watch that stress, squad. Move on! Mine's activated. So. Jetzt gehen wir irgendwie dahin, ne? Move, move! 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 Schuss, es kommt zu uns. Deploying, Sentry Gun! Incoming! Reloading! Bring them down! Tactical analysis in progress. Affirmative. Stay still, gonna patch you up. There. I can get you down. Let's rock! Bring it on! Come on, team. Move! Move! Let's see what's inside. Requesting air support! Looks like the Collapse has slowed them down. Keep on. It's working. One last, Mark 16, Banshee Delivery. You're doing good, guys. Copy. Planting mine. Watch your feet. Shit. It's coming to us. Tack and Sentry Gun! Magazine habe ich ja eigentlich genug. Aber ich warte mal noch. Oh. Oh. I hate this job. Here's your sample. Right now. So gut, du darfst aber nachladen jetzt hier. 6, 7, 6, 7, 6, bisher irgendwie nicht. Planting mine. Watch your feet. Mine's activated. I think we're spotted. Na, da kommen noch zwei. Let's rock! Take them out! Something triggered one of our mines. Scheiße. Scheiße, aber ich will keine Befehlspunkte mehr upfahren. Das war's für heute. Wie? Und jetzt haben wir jetzt hier alle wieder ab oder was? Ich bringe den Trupp zum Fahrzeug und kehre zurück. Dann ist die echt schon fertig jetzt. Rom 52470, na gut. Also da muss ich aber sagen, es ging jetzt aber recht zackig hier. Oh, ich habe auf jeden Fall Primärziele erledigt, Datapads gefunden. Das ist ja schon mal gut. Und alle überlebt. Und alle wieder am Arsch hier. Bist du Tracker oder Sanitäter? Wir machen mal lieber einen Sanitäter. Brauchen wir ja auch. Eine Munition. Müde. Hm. Stellt ein Munitionsclip nach jeder Erholung wieder her. Der Marine unterliegt nicht mehr der Auswirkungen. Müde. Ja, kriegen wir auch hin. So manchmal, ne? So 13% oder 5% Treffsicherheit. Kritische Treffer oder Verstümmelung. Einmal lieber normale Treffsicherheit. Ja, lieber normale Treffsicherheit. So, hier ist ja schon ein Trecker, ne? Zur Aufklärer, ja, jetzt aufklären. Und dann kriegst du nach, zur Nachleidezeit die Tapferkeit. Und dann kriegst du nach, zur Nachleidezeit. Und dann kriegst du nach, zur Nachleidezeit. Und dann kriegst du nach, zur Nachleidezeit. Vielleicht solltest du mit Bookard, Kabiri, oder Becker. Doc Buzzkill? Ja, ich glaube nicht. Vielleicht mit Bookard, wenn es schlimmer wird. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich versuchte ihn, Direktor. Ich habe keine andere Auswahl. Wir versuchen, die Erkrankung zu verabschieden. Und jetzt haben Sie einen US-CM-Vessel und seine Crew. Das ist wahr. Du sprachst, viel mehr Ressourceful als dein Profil der Psych-Protokale erwähnt. Du hast das richtig gemacht, Meiko. Leiderlich, es scheint, dass unsere Superioren nicht mit deinem ... ... Arbeitgeistigen. Was bedeutet? 3 Stunden und 55 Minuten, die Cerberus-Protokale angefangen hat mit der Phase 2. Phase 2? Nuklear Sterilisierung. Nuklear Sterilisierung? Wie von dem Planeten? Dies Planeten, wir alle auf uns verabschieden. Ich glaube, Weyland-Yutani bleibt nicht für Fehler, Sergeant. Diese Phase 2 kam als eine Überraschung. Das ist ... sogar für mich. Ich finde einen anderen Job. Ich werde das, Sergeant. Aber wir sind noch nicht aus. Die Satelliten der Sterilisierung kommen online. Es gibt noch Zeit, um die System durch die Pionier Station zu verabschieden. In der Fall, ich habe bereits ein Team da, aber ich verabschiede mit ihnen. Ich verstehe. Aber mit der Hilfe von deinen Mann, Sergeant, Meiko's knowledge des Stationen und mein Level der Begründung, wir haben eine Chance. Ich versuche, dass ich mich verabschieden. Dann, ich denke, wir haben besser eine Team auf der ASAP-Direktor. Gut. Wollt ihr noch weitere Unterstützung brauchen? Ich werde auf den Kommen. Drei verfügbare Marines. Man muss sogar noch einen Tag vergehen lassen. Man kann nicht mal einen heilen. Ey, was soll denn die Kacke, Mann? Dazu kann ich hier wenigstens noch einen auswählen. See you around, Ma'am. So. Dann machen wir jetzt nicht mehr. So. Dann machen wir jetzt nicht mehr. So. Dann machen wir jetzt nicht mehr. So. Ich weiß immer nicht. Drücken wir einmal drauf. Mal gucken, was passiert. So. Mal gucken, was passiert. Schon wieder? Noch ein Tag? Ach, also das ist aber langsam ein bisschen frech hier. Ja, hier Maury muss raus. Becca kommt auch gleich mit. So, dann sind die schon mal safe. Und hier... Okay, der ist noch nicht so schlimm. Zwanghaft. Ich muss noch viel feiern. Das geht gar nicht anders. Jetzt muss ich echt noch einen Tag fahren. Noch einen Tag. Zwei viele Tage müssen in hier vergehen. Ach, hier ist es. Executive Minister Hayes? Das ist ein Priorität. Interessiert. Sprecher mit euch bald. Mansana Incorporate Sano. Am ich right? Interessiert. Wir lassen sich die Schätzung auf. See you around. Oder sieben Tage. So. Oh, hoffen kann man? Deputy Administrator Hayes? Das wird nicht dich verletzt. Bravo, Zulu! Was habe ich dir, Marine? Salute! So. Weißt du, dass ich hier so viele Tage wagen? Ah, endlich. Wie viele Tage habe ich hier zur Verfügung? Neun. Welches Level ist der denn hier? So ganz unten logisch, Level 2. Was habe ich dir教en, Marine? Salute! Bleib hoch, Marine! Ich habe hier keine Beine. Keine Beine. Verrückt mir. Okay, lass uns einen Pause geben. Ich muss auf der Feld bleiben, fühlst du mich? So, eins, zwei, drei, vier. Dann kann ich den auch wegschicken. So. Ich habe immer noch einen zur Verfügung. Aber warum? Okay, die zwei Toten haben wir ja. Ja, dann würde ich aber sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. War ja heute eine schnelle Runde. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und sag einfach, bis zum nächsten Mal.